Hallöchen meine lieben Minecraft-Freunde, ich habe mir überlegt, ich kann ja mal eben schnell hier zur späten Stunde einen schönen Nachtstream, sag ich mal, beginnen. Ich hoffe mal, ihr seid noch wach, beziehungsweise ihr könnt mit dabei sein. Ich werde ihn jetzt gleich starten und werde wahrscheinlich ein wenig Heroes spielen und dann schaue ich nochmal, was so sonst noch geht. Aber auf jeden Fall liegt der Hauptfokus wieder auf Hero. Ich freue mich drauf und ich hoffe mal, ihr seid mit dabei und sage an der Stelle bis gleich und schön mit Ö.